bei dir einschalten ich war ja schon da ja hallo sagen aber irgendwie hat mich ja ja ich habe mal platziert links mitte und rechts müssen die erzählen das links mittel ach so ach du hast mir jetzt quasi noch nicht allerdings gehen das mein freund ist kann weil wir sind ja von natur aus doch kada die frau ist wie ein orkan in person ein orkan ja ruhig und gefasst dann veränderte sich die luft und ihr zorn brach wie ein orkan hervor es war im grunde prachtvoll anzusehen sofern man selbst in sicherheit ist ihre tränen mussten die blutdurchtränkten schlachtfelderei hier haben wir tatsächlich setzte sehr still sehr gelassen wo ihre schwestern reißende flüsse waren war er ein sanft plätscher dabei er halte sowohl sterbliche als auch das wäre kürze weiblich das dachte ich eigentlich auch deshalb hat es mich jetzt gerade gewöhnt sondern die letzte oder der oder der der rohe hat sie mal an hier die herrin der schlacht mit odin verstand sie sich sehr gut mit den anderen balküren sie verbrachte die meiste zeit hier in midgard beobachtete die zwietracht zwischen den lebenden und säte ab und zu selbst welche sie liebte zwietracht sie war sozusagen die personifizierte zwietracht was wohl jetzt aus ihr wehren wird hm das wir haben wir gesehen ok da bin ich jetzt aber mal gespannt was da jetzt rauskommt ich trau mich nicht oh hi 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 du meine sie die ringe die die dann losschickt jaendreher hier ich bin reich aus hier ja tatsächlich für mich ausgewicht für mich ausgel감 im blatt das habe ich gemeint das ja das licht ja meine ich die letzte attacke gemacht hat da habe ich keine ahnung wie du die blocken sollst weil die macht wirklich schaden wieso ein block ja und vor allen dingen du kannst ja die hat ja es war ein schön viel leben ja und du kannst nicht sofort diesen griff hier anwenden weil die ich sofort an nicht mal das kannst du bei der block ach du tschelge ich konnte nicht weg springen so schnell ja ordentlich die hat zünder auf der pflege okay den ersten kann sich blocken oder so aber da zieht sie auch nichts ab ja ja das war gut nimm doch die scheiß dinger ja und zu zeide das war böse und und schuldig ich kann ich nicht was was das haben alle gehört achso ja weil dich ja auch keiner kennt also group jぉ wo Scheiße, weggeduckt und trotzdem... Scheiße. Scheiße. Ich habe irgendwie das Gefühl, die vereinigt alle Fähigkeiten von allen Valküren. Echt jetzt? Ja. Ja, Königin halt, ne? Scheiße. Das wird ein Stück Arbeit. Weg. Jetzt. Ja. Oh, wie soll ich denn da wegspringen? Halleluja. Ja. 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 Jetzt macht die das. Ja. 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 Aber wo du die Flügel zusammen hattest, hast du gesehen, da stand drückgekreist. Ja, ja, habe ich aber zu spät gesehen gehabt. Jetzt stand da kein Kreis. Jetzt hat die Kreis gedrückt, aber da stand nix, ne? Also nicht, dass ich was gesehen hätte. Und wenn, hat es nichts gebracht. Uff tata, uff tata. Aber schön sieht sie aus. Ja, ist ja punktvoll. Ja, oder gut. Jetzt, ja, jetzt bestimmt. Boah! Ja, wie... Boah! Boah! An meh! Scheiße. Boah! Boah, ich brauche! Geht's dir gut, Bruder? Ja, nein, mir geht's nicht so gut. Da kommt... Zehn blöden Kommentar nur noch. Hälfte, hm? Ja, aber... Die Hälfte schaffst du schon. Mhm. Ich bin nur die andere Hälfte. Ja, können wir das nicht teilen? Okay! Ja! Ja, nein, nein! Ja! Ja, nein, nein. Daaah! Huuuuhh, werdet weg! Aaaaaaah! Das ist leicht zu blau, oder? Die Unruhe erleuchtet hat zwar... Da kommt aber jetzt kein Kreis mehr! Aber weil du weg gehst! Ähm... In der Ulti! Die hat die Eiskostalle gemacht wie bei mir vorhin! Okay. Hm... Also der Anfang, ich glaube, der ist ganz okay so, aber... Der Anfang war ein bisschen blöd. Aaaaaaah! Oh wow! Das war... Die Scheiße! Keine Ahnung! Woher sowas... blind... Aaaaaaah! Das war... Im Rage-Modus! Sieht aber keiner... Gesundheit, er hat Rage abgezogen! Scheiße! Leicht daneben! Ganz leicht! Feuer! Hiss an ihr! Ah Mist! Heilen! 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 Aber ein bisschen über die Hälfte! Ja! Wir tasten uns ran! Aber immer noch nicht tot! Ja! 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 Herr eine kleine, sie muss sie blockigen! Bei der brechste muss sie ausfleischen! Ja, der Anfang war doof. Der Pumpkreis ist auch nicht schlecht. Ihr Pumpkreis ist auch nicht schlecht. Ah, dao, trifft du mir jetzt durch. Der Kettenschwinger. Da steht kein Kreis mehr. Also, ich war jetzt ganz nah bei der. Komisch. Scheiße. Vorsicht, hinter mir! Was ist denn? Ach, leck mich doch, Pop. Er meint's doch nicht gut. Meine Fresse, ne! Das ist ja schmutzig. Ich bin schon mal der. Alles ist aber ohne. Oh mein Gott. Äh... Oh mein Gott. Ach, costume. Das ist ja schmutzig. Ach, das ist ja schmutzig. aber nicht schlecht wenn man sich trotzdem noch nicht droht das ist der problem muss machen wenn das so schon anfängt ist schon scheiße ja 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 Oh nee, ist klar! Okay, ich schmeiße den Controller mal rüber. Oh, darf ich mal gucken? Ah, gut, komm! Ja. Mhm. Oh, das war böse. Ich glaube, der Kreis, den wir gesehen haben, war, weil da irgendwie eine Heilung oder so lag. Mhm. Danke. Warta, du bist verletzt. Ist dir das aufgefallen, Warta? Nein, nein. Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, wie der da drauf kommt. Ich fühle mich noch ganz gut. Jo. Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Okay, das ist aber auch random, welche Angriffe sie macht, ne? Ich dachte, dass sie in die Phasen kommt. Ja. 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 Oh, ich durfte hier jetzt weg mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Scheiße Nein, nicht das! Na, oah! Eiii! Erst kann mich, erst kann mich schon mit dem zweiten Rollstabot Mh Wunderschön Ah, das ist... Ja, die gefällt mir so sehr Ja Ich mag die Mhm Die ist schon knapp Ja Nein! Das ist... Oh, genau als ich das gemacht habe Genau, als ich das gemacht habe Komm wieder runter Komm wieder runter Meine Freude Die weicht auf allen hin und aus Die weichten auf allen hin und aus Schon weichten die meine Attacken alle aus, das gibt's doch nicht Ja, deshalb hatte ich die immer anvisiert Da haste sie noch so ein bisschen... Hatte ich immer das Gefühl, jetzt unter Kontrolle Und nachher Ja Dann Wurde Was ist denn Was ist denn Ich hab meine Nein, ich bin doch weggerollt, wieso willst du denn noch hinrollen? Nein, ich bin doch weggerollt. Nein, nicht die Kacke. Nein, ich bin doch weggerollt. Ich bin doch weggerollt. Nein, 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 ich bin doch weggerollt. Ich bin doch weggerollt. Das muss sie jetzt sein von der alten. Echt ohne Scheiß. So gut durchgehalten eigentlich. Ja. Ach, die sind nicht. Ich weiß nicht, wie die soll ausweichen müssen. Keine Ahnung. Nein. Ach, die sind sehr, sehr, sehr. Ach, die sind schon sehr wert. No... Oh. Ah, die sind schon. Ah! Oh, meine sei. Oh! Ah! Oh! 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 Der war gemein. Du kommst ja auch aus den Attacken dann nicht raus Der war fies Die hat sich abgeblockt oder was? Alter Fick dich doch, komm Ja, ich bin weggerollt, ey. Echt, das ist ein Verarschenspiel Oh, komm, treffe ich wieder Alter, rollst du schon zur Seite und die trifft dich trotzdem, aber willst du denn noch hinrollen? Ja Ja, das finde ich dann doch ein bisschen arschlos, sowas Ja 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 genau ja ja wie willst du denn sowas sehen bitte das ist das 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 Die Hecht! Ja, der war gelb und du kannst trotzdem nicht blocken Nicht genau Ja, danke In der Ulti, jedes Mal in der Ulti greift die mit ihrem scheiß Lichtscheiß an Dreckverdammtes Mist für die Silende Oder nicht da die Flügel rausruf, ob ich jede Feder einsehen raus und steck sie da im Arsch Das tut weh, die sind nämlich aus Gold, ich glaube Das tut mir Mach, mach Färtschmählich. Die wenigstens ein Angriffsschema hätte. Aber die greift ja echt willkürlich an. Ja. Ich dachte auch, er hätte die Phasen quasi nacheinander, aber... ...die macht wirklich einfach nur random alles. Ja. 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 Ich bin da ausgewiegen. Nein. Ich bin da echt. Ja. Oh, oh, oh! Das soll ich glauben! Du bewegst dich sehr langsam! Er hat ja nicht gemacht was er soll Das ist geil! Kommst du aus dem Rage-Modus raus? Die packt dich gleich! Sehr charmante Persönlichkeit Die hat ein Timing, echt! Ja, ich sag auch Der Kopf würde ganz gut über meinem Sofa aussehen Ja, genau! Ich bin da weggerollt! Ja! Wie wäre es mit deinem taktischen Rückzug? Ich verstehe ja nicht warum du diese Fliegel-Attacken von Darnet blocken kannst Wenn du schon dieses Scheißschild hast Nein! Ja, genau! Und wieder auf dem Leben weg! Toll! Ja, genau die meine ich! Die kannst du nicht blocken! Warum nicht? Ist das kein roter Angriff? Ja, fick dich doch! Hallo! Sonst so bei der anderen glaube ich aber auch nicht Sonst so bei der anderen glaube ich aber auch nicht Ich bin nur am ausweichen Ich bin nur am ausweichen Trotzdem trifft die mich an der oben Da, schöne wieder! Das war gut geglockt Ich bin nur am ausweichen Nein! Irgendeiner Ulti wieder! Schade! Schade! Irgendeiner Ulti! Immer in dieser Scheiß-Ulti! Sehr schön Ich hatte schon überlegt, ob wir die Sachen von den Walküren anziehen Aber die bringen vielleicht auch nicht mehr, hm? Ich muss auf jeden Fall einen Angriff finden Ich muss auf jeden Fall einen Angriff finden Der A2-Schwein, der hat 5 Jahre, wenn er treffen würde Ich nehme den nochmal Weil die Attacke, die bringt nichts Wenn du in der Attacke drin hängst, hau die dir aufs Maul Ja, ja Was ist die bei Kyon Rüstung meinst du? Ja, hatte ich so ein bisschen überlegt Die haben was besonderes Aber noch weniger Verteidigung, du Verhindert Unterbrechung vom gegnerischen, ähm Ja, wenn sich das Ding zufällig aktiviert Das ist ja nur ein geringer Zufallsangriff Aber wenn das ist Ich bin das Metall Wenn jetzt irgendwas gestanden hätte Von gut gegen Walküren Gedönse Walküren und Gedönse Walküren und Gedönse Hm Oh 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 Das ist auch so scheiße Du weißt aus In dem Moment, wo du ausweißt, hub die dir auf den Kopf Oh 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 Oh, hier. Ach, scheiße. Geht sie gut, Bruder? Natürlich, siehst du doch. Ich werde es nicht vergessen. Was ist das? Nein, nein, nein. Alter, jetzt lass mich doch mal ganz... Nein! Ich... Ach, das gäbe es doch nicht. Schade. Der war so schön. Das gäbe es doch nicht. Ja. Das gäbe es doch nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kann das weh? Nee, jetzt komm ich mit mir nicht rein Jetzt muss ich verstehen Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die hat manchmal vorhanden, dann kriegst du besser, aber manchmal kriegst du nicht so gut. Ja, wenn das schon so anfängt, dann ist es schon scheiße. Nein, das ist scheiße, das ist die größte Scheiße, die die macht hier. Was war denn das für eine Aktion, Mädel? Oh, ich flippe aus, ich saß dir. Komm, jetzt mach die mal, noch 10 Minuten, dann ist 11. Dann hast du es. Dann kannst du ja jetzt mal richtig machen. Wir haben ja jetzt gesehen, wie du stirbst. Ey, das zu Anfang, das zu Anfang ist der letzte Rutz. Vorsicht, die macht, wenn sie offen geht, sofort die Flügel hat. Genau. Oh nein, ich kann sie weg. Oh nein, ich kann sie weg. Macht, oh ja, die Scheiße, die Schwerter schmieren nicht in der Hand. Ey, komm, f*** dich doch, aber. Ohne Scheiße, da haust du drauf und ja, die Schwerter schmieren nicht in der Hand. Meine Fresse, da schiebt er sich jedes Mal in die Knie oder was, damit er gerade loben kann. Voll trocken. Echt, da nur mit irgendein Trampinenstuck. Ist klar. Die Fresse, da schiebt er sich. Das ist Eis, du geföltert meine Güte. Nein. Vorsicht, kaltes Feuer. Das ist klar. Die Fresse, da schiebt er sich. Nein. 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 Ich hätte etwas tun können oder es zumindest versuchen. Was hast du jetzt vor? Ich muss mich mit meinen Schwestern vereinen. Gemeinsam können wir die Welten ins Gleichgewicht bringen. Der ewige Segen der Walküren ist euch sicher. Nimm die Maske. Du hast sie dir verdient. Wenn es da mischandelt, jetzt. Oh, schön. Bubu stecken. Fehler, der Arschloch. Halt. Ich bin guter Laune. Ich hab Zauberstein Geil du, machst du mal einen Rückruf mit A1 Er hat unglaublich mächtig gewinne Worte Naja Krass Das haben wir hier Meine Cancel Power wird stärker sein als mein Rohr Und den haben wir noch gekriegt Na geht doch Wann nicht gleich sein Es gibt noch eine Wissensmarkierung Dann haben wir hier alles Aber schöner Abschluss Und hier eingefallen Abschuss, ja Abschussrohr auf jeden Fall